Hallo liebe Freunde des gepflegten Alien-Spiel-Spaßes und willkommen zurück zu Destroy All Humans. Wir starten in die nächste Mission, Shocking Developments. Na, das soll eine schwere Mission sein. Schonkierende Entwicklung. Na, da bin ich ja mal gespannt. Die Menschen haben Unmengen einer Waffe hergestellt, die unsere Invasionstruppen gefährdet. Diese Tesla-Spulen sind billige, schädige Versionen, die du in Area 42 gesehen hast. Und du, mein impulsiver Freund, darfst jetzt alle Tesla-Spulen in der Stadt zerstören. Oh, danke. Deaktiviere die Kommandokonsone der Tesla-Spulen. Dramatisiert. Andere erfordern menschliche Bedienung. Was mach ich jetzt mit denen? Ganz einfach. Jede Einheit ist mit einer Steuerkonsole in der Nähe verbunden. Zerstöre sie alle. Die ist mir egal. Ich soll also die Tesla-Spulen und die Steuerkonsolen zerstören? Einmal mehr, Krypto. Hast du den Kern meiner Aussage messerscharf und zur Gänze erfasst? Du musst diese Tesla-Spulen zu Fuß ausschalten, ansonsten stören sie die Funktion deines Raumschiffs. Wie komm ich denn da hoch? Elektrische Verteidigungsmaßnahmen. Äh. Irgendwo da oben ist so ein Ding. Aber wie komm ich da hoch? Da erblast du vor Neid, Hepburn. Ich kann mit meinem Mann in einem Schmuckladen frühstücken, wann immer ich will. Hä. Habe ich da nicht genug Schub, um da hochzukommen? Ich komm da nicht. Okay, wir müssen einfach hier warten, dass wir da aufgeladen sind. Oh, what the fuck? Äh, hacken. Oh, what the fuck? Das war's für heute. Das müssen die Waffeningenieure sein. Töte diese Wissenschaftler. Ohne sie kann niemand mir die Spulen reparieren. Perfekt! Elektrifiziere Wissenschaftler mit Tesla-Spulen. Äh... Und jetzt habe ich jetzt die Bonus-Mission habe ich jetzt gerade nicht so gecheckt, muss ich zugeben. Alter, da rasselt gerade jemand komplett aus, oder was? Die Regierung schickt Schiff. Letzte Runde Weltraumrassel. Du musst nicht heim, aber hier bleibst du nicht. Ich mach das Schiff. Ich falle das ganze Tag. Oh, fuck. Oh, fuck! Oh, ja, oh, oh! Extra-Terriss-Geschäft! Oh, ja, ja, ja! Shit, jetzt bin ich noch gestorben. Ja, ich hab noch nicht so richtig gecheckt, was ich machen soll bei den optionalen Zielen. Das ist mein Problem. Ähm... Elektrifiziere die mit den Tesla-Spulen. Äh... I don't know. Mozi-VIP-Resub incoming! Einige sind automatisiert, andere erfordern menschliche Bedienung. Was mach ich jetzt mit denen? Ganz einfach. Jede Einheit ist mit einer Steuerkonsole in der Nähe verbunden. Zerstöre sie alle, wie ist mir egal. Ich soll also die Tesla-Spulen und die Steuerkonsolen zerstören? Einmal mehr, Crypto, hast du den Kern meiner Aussage messerscharf und zur Gänze erfasst. Du musst diese Tesla-Spulen zu Fuß ausschalten, ansonsten stören sie die Funktion deines Raumschiffs. Elektrische Verteidigungsmaßnahmen! Oh, Renator! Dank für den Resub! Siebender Monat! Vielen, vielen Dank! Und Moin, Moin! Dankeschön! So, okay. Oh, hallo! Scheiße! Wir sind nicht so gekommen! Wir sind nicht so gekommen! Findet man einen! So, Meister! Nicht mit mir! Du willst verhasst den Bleiben! Du willst dich mit mir anlegen! Du willst dich mit mir anlegen! Du willst dich mit dir anziehen! Dann gehen wir an. So, wenn ich neu so mache. Dann gehen wir an. Wir sind die Knau. Das ist dein Knau. Das ist dein Knau. Es steht dein Knau. Ich steh in dein Knau. Ausfalle! Da ist dein Knau. Das spielt eine Knau. Ich bin mit mir angenommen. Und genau gemacht! Deswegen wollte er eine Knau. Du bist eine Knau. Haarrloser Hass ausdäuft! Und du bist eine Knau. Beweg dich! Am Grohen! Beweg dich! Oh! Oh! Ach guck mal, die Typen wieder hallo! Na holobob! Das wird nicht gehen, weil da sind ja auch immer noch diese Agenten mit. Wow, das hat ja gar nichts gebraucht. Wow, das hat ja gar nichts gebraucht. 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 Das sind ja zwei. Ach, was soll denn lassen? Knie vor mir nieder. Und ich war schon nicht in einer Zeit zum Töten, wa? Jetzt ist nur noch ein Teil übrig. Schnell, zerstör es! Wo denn? Da hinten. Ich brauche erstmal Munitionen. Das wäre viel irgendwie wichtiger. Ich kann das. Also ich sag mal so, ich habe den Hintereingang, um die verdeckt vorzugehen, noch nicht gefunden, ja. Ich weiß halt einfach nicht, was das bedeutet mit den Elektrospulen. Ein Tesserspulen elektrifizieren. In der Grundausbildung war keine Rede von Selbstentzeugung. Feuer! Oh, sehr schön! Ein großes, lautes Spektakel. Genau, was wir brauchen. Uh, die Menschen sind ja doch lernfähig. Sie haben die anderen Steuerkonsolen in Bunkern versteckt. Du wirst sie mit deinem Raumschiff zerstören müssen. Ich bin schon dabei. Auf dem Weg. Mir geht.... Florian Kunission für meinen ... Dekonstruktor... D- Mit ... das habe ich dann auch vermute mit dem blitz auf das raum auf die testa spuren so schön aber da ist nichts passiert wenn ich die diese menschlichen verteidigungsanlagen schriftung zu schaden dass die situationen sind dein raumschiff sollte ihnen standhalten irgendwie ruckelt jetzt abschauen töte die erfinder der tesla spüren was haben wir so ruckelt das auf einmal so ich bin schon auf dem weg schreibe ich nicht an das war jetzt einfach 90 prozent töte die erfinder der tesla spüren haben wir geschafft dieses erste haben wir nicht geschafft elektrifying explosions ist frei new power substation schockieren explosion zerstören den neue umspannwerke und gut dann können wir ja mal noch irgendwie eine bonusmission machen wir machen mal region erkunden und versuchen mal randale oder so hatten wir randale schon gemacht hier ach doch das war das mit den mit der anal sonde ja oder wir machen das rennen mal hier hauptstaat capital city und dann gucken wir mal noch was war hier können wir auch ein paar so die hirnstärme sammeln das ist eigentlich ganz praktisch so wo sind das können das rennen ist da oben und dann die 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 Es tut so weh! Es tut so weh! Gebt mir eure Hörne! Plopp! Plopp! Es tut so weh! Niemand wirft einen Polizisten! Zeid mir, was du drauf hast! Scheiß mir, Baby! Och, nicht das Auto! Die Leute! Es tut so weh! Es tut so weh! Es tut so weh! So, na gut, dann machen wir mal das Rennen da oben. Okay, fange die Drohne! Mit 2 Minuten 30 Zeit lass die DNS nicht verkommen! Okay. Na gut! Wenn du diese Drohne einsammelst, kannst du auch das Erlebnis genießen! Und vergiss die Daten nicht! Und ihnen ist das Kaugummi ausgegangen! Perfekt! Boah, hier ist echt cool! Das wird eine seltsame Begegnung! Oh, das habe ich glaube ich hätte übersehen, oder? Oh, das habe ich glaube ich hätte übersehen, oder? Oh, das ist ja gut. kaffee und allen heiligen wie zur vernichtung du hast nur noch eine mickrige minute um deine aufgabe abzuschließen scheiße jetzt fack jetzt haben wir fahrten verloren auch komm schon nicht wieder abstürzen nein 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 hey ein neuer mod sie wird jeden moment explodieren gute arbeit haben wir jetzt da vielen dank darksider und was den selbstzerstörungsmodus der drohnen angeht ich kann nicht beweisen was genau da passiert ist noch mal ich finde das rennen relativ lame muss ich sagen dass ich hab da nur relativ halbwegs ein dreh raus wir können mal noch gucken oder macht rennen haben wir jetzt gerade gemacht hier ist für dich extra terrestrische es tut so weh plopp rennt um euer leben guck mal amagellon haben wir schon gemacht kleine grüne menschen ach komm wir machen es aber noch mal vielleicht gibt es noch mal ein paar punkte gibt es die punkte auch ein raumschiff ein um so viel chaos wie möglich zu verbreiten vernichte alles was dir vor die hohe kommt die noch mal nicht die Sie sind von hier! Sie kommen! Hey! Die anderen! Ich habe das ganze Zeit! Oh! 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 Stopped! ... Beug der Barber! Especially wenn man getestet wird! Sie sind von chime zu fühlen! gut geschossen crypto nur noch eine minute übrig hat nicht so gut was kaputt ja 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 Hervorragend! Dir läuft die Zeit davon! Naja, ein Stern sieht man noch. Naja, okay. Gut. Oh, 200 No ist natürlich echt dünn. Ich mach dir die Bude. Genau, Kurtano. So, wir gehen mal zurück. Und werden uns dann in der nächsten Folge die letzte Mission anschauen. Mal gucken, ob es noch ein bisschen knackiger wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine großen und kleinen Unterstützer. Wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Uher. Ja. Ja. Ja.